so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen spiel auf unserem kanal mit dem jan zusammen hallo das spiel ihr seht ja hier nicht schwierig aber wir kriegen ja trotzdem nicht hin das spiel link in der video-beschreibung guckt euch an wer ist scheiße aber wir haben aber die namen hat man erst wenn man sich anwältet haben ja kurz gemacht ist besser ist auch schnell gemacht ja ja so eine anmeldung da kann man so einen coolen schwarzen auswählen Minecraft alter ja also das hier sieht man einfach nicht so viele pixel wie medienkraft voll gut deswegen das spiel ist nicht so riesig als man kann es dann nicht erfährt vollbild machen also von dem her ja es ist auch gar nicht so schlimm ja ich denke mal dass sie entweder ich mache es größer oder ich mache irgendwas noch im hintergrund dich ja ok freddy macht gerade krach im ts alter ja aber wir haben es leider nicht genommen wir waren zu faul oder domm ist dann nachher zu faul das auch noch zu kacken werden ja ja hey du hast schwere bahn genommen lange ach lang geht ich bin richtig Arschloch Arschloch alter Alter Sprety was ist los bei dir? Ha Mach doch mal Ich wollte ja nicht wegschießen und hab ich mir gedacht nee dann soll ich mein sauerst rum wieder weg he Taaah! Ich muss! Taaah! Taaah! Ich nicht! Ich hab' Pfeffer gelohnt! Scheiße! Ich kann nicht geben! Taaah! Oh, wie schnell ist das? Hab' man genauer gesehen! So, die hab' ich... Mach halt! Nein! Oh, ich muss meine Nase botzen! Ah, hast 30 Sekunden eingestellt! Ja! 20 Sekunden, 20 Sekunden! Also, ich hab' noch Eisbombos aus... Höhöh, Bach! Ach so! Oh, nein! Meine Jacke ist unten! Soll ich jetzt vollbomber schon Eisbombos? Taaah! Du Mann! Lustig! Nein! Fagga, deinen hässlichen Bruder! Ja! Warte, ich muss nur kurz laufen lassen! Nur ganz kurzes Lied! Okay! Dann, man hört's ja in meiner Aufnahme in deiner! Klar hört man's in meiner! Hey, du hörst ja nicht mit Windows 7 Sound auf, oder? Ich halte's ans Mikro hin, einfach jetzt kurz! Ach so, ja, stimmt! Ja, klar! Hä, bin ich dumm? Das hat doch nichts mit Windows 7 Sound zu tun! Mach jetzt! Hä, was? Was hat das mit Windows 7 Sound zu tun? Gar nicht! Ich sag' ja, ich bin dumm! Also, ich hoffe, dass BTTV nichts dagegen hat! Es sind nur 10 Sekunden oder so! Ihr seid hässlich! Hässlich wie Müll! Du bist dran! Warte! Ja, ich weiß nicht, wo ist das gestoppt! Ich bin so hässlich wie mein Bruder! Ihr seid hässlich! So hässlich wie Revi! Ihr seid hässlich! So hässlich wie mein Bruder! Ihr seid hässlich! Bäschtes Lied! So hässlich! So hässlich wie mein Bruder! Wie mein Bruder! Scheiße! Erst, erst, erst sind sie so hässlich wie seine Mut... Nee, erst wie Revi, dann wie Müll, dann wie seine Mutter und am Ende noch wie sein Bruder, Alter! Tja! Richtig geil! Oh, kein Stand! Ja! Ähm! Warte, wie kommen wir da her? Ich hab' einen falschen Finger! Hi! Ich hab' echt gekauft! Ah, dahinten! Ja, zu dem Tee! Tee zu dem Adel! Tee zu dem Adel! Alter, es war Freddys Reaktion gleich wieder, als es gelaufen ist! Der Hammer! Freddy, das war weg! Das lief mit morgen gehört, bis wir einschlafen! Hä? Achso! Ich schließe mich aber nicht aus! Nee, nee! Warte, wo gehen wir da hin? Was ist das? Guck mal, wo ich jetzt bin! Was soll das? Guck mal! Tee! 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 wenn man sieht so nicht alles Volksbanken Reifeisenbanken wir machen den Weg frei ihr seid hässlich endlich mal die Chance zu gewinnen was machst du überhaupt da unten? ja ich hab dich hochgeboxt dass ich eine Chance hab zu gewinnen ja du bist doch jetzt dran ja ich weiß ich will da hoch dass ich durchsiesen kann Dome einmal will ich gewinnen lass mir die Ruhe JA? NEIN! verpiss dich oooh Mauslag ach nö Dome verpiss dich Dome verpiss dich oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott fälschtes Lied Das ist echt so... NEIN! Was war das? Oh ne! Hattest du bei dir auch so gelegt oder was? Nein, guck mal wo ich bin! Ja ich weiß, hattest du bei dir gelegt oder was? Nein! Hat ja grad die Maus rumgelackt. Hey! Was soll das? Ihr seid hässlich! Ihr seid hässlich wie mein Bruder! Alter der Typ ist einfach so motiviert! Das ist echt so... Wir haben schon 8 Minuten gleich! Ja... Egal, ich gewinne! Ja! Geht rein! Oh ne! Oh man! Ich liebe mich das Spiel als... Jan! Ich wisper dir, ok? Cloth hat mir geschrieben. Was? Ich hab dir gewisper, dass Cloth mir geschrieben hat. Hä? Das hab ich nicht gehört mit Cloth. Du bist dran. Fettweißpicker. Ja! Ja! Ich weiß nicht wie mein Bruder! Was soll das? Fick dich! Ja, das kommt einfach nicht mehr raus. Ich bin einfach nur durchgekommen, weil du da unten stand. Und dann hab ich die Geräte wieder hochgeboxt. Ja? Ja! Ja! Ja ja! Oh! Ich mach mal ein Mikro aus, als mein Vater kommt. Ja! Ja! Okay! Ich spiel mal weiter! Uh! Hab ich's fast geschafft damit! Nein! Nein! Jetzt... Ja! Doch, mir könnt ihr nicht reden! Ich unterhalte euch so lange! Oh! Oh! Aber Freddy sagt an dem Test, dass ich mich mit ihm unterhalten soll, aber er ist nicht da! ja! Und Freddy ist ein Fettweißpicker! Ja! Und Freddy ist ein Fettweißpicker! Er hat gesagt, er findet's geil! Hallo, ich glaub ich bin so... Ich kenne dieser Freddy! Der Fettweißpicker! Und er schaut auch so hässlich wie sein Bruder! Haha! Freddys Bruder, Alter! Seid hässlich! So hässlich wie mein Bruder! Oh nein! Wie geht da wieder zu Wasser rein, Alter! Egal! Es ist bloß 6, guck dir das mal an! Es ist bloß 6! Oh, wie ist das vorbei? Ich mach mal! Oh! Oh nein! Jetzt chill mal, Alter! Ok, komm mal! Ok, komm mal! Ok, komm mal! Ok, komm mal! Ja, du musst anfangen, ja! Ha! Ich... Ernsthaft, deine Deadfall war so geil! Ne, du kickst mich da weg, Alter! Tja! Tja! Ihr seid hässlich! Haha! Weiß dich wie mein Bruder! Alter! Haha! Ja! 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 Tja! Cool! 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 So hässlich wie mein Bruder! Woll dich! Genau das! Woll dich! Haha! Lass mich doch gerufen! Haha! 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 Und ich habe sie drüber geschafft! So hässlich wie myün! Haha! Haässlich wie der Mutti! So hässlich! Hee! So hässlich wie mein Bruder! Haha! Ich komme einfach nicht von dem Lied mehr Alsin! Das ist einfach so scheiße. Aber der Typ ist einfach der Beste, der das gemacht hat. Dreimal ist der der Beste, Alter. Nein! Ist nicht geil, dass wir einfach jetzt eine Aufnahme machen und nicht einfach jetzt gewinnen. Nein, ich habe immer davor gewonnen. Jedes Mal. Nein, der nicht. Warum gibt es da zwei Löcher? Ihr seid hässlich. Arschloch. Du brauchst jetzt minimal drei Stöße noch. Nein. Nein. So hässlich wie Müll. Ja, man schafft es in drei Stößen. Wie gesagt, egal, du schätzt plus acht. Plus noch. Komm, geh rein, geh. Schwester, Alter. Ach, geil, Alter. Arschloch behalten. Alter, bloß zehn. Alter, bloß zehn. Was ist das für die Map? Vertreib nicht so. Ich kipp dich. Nein, wenn ich dich jetzt beruhe, dann kicke ich dich vor. Das ist scheiße. Also du triffst mich von rechts. Also ich mache gar nichts. Und also ich treffe gar nichts. Du fettverhalten-Ficker. Alter. Alter. Lass du das spiel? Oh. Bleib drüben, Alter. Warte mal, wo muss man hin? Oh ne. Du kannst noch da drüben. Tee. Was ist denn? Oh ne. Du bist jetzt jedes Mal so lange warten, bis der mal ausgehüpft ist. Ja, ich weiß. Alter. Alter. Ja, ja. Hab ich auslacht. Du bist diese Runde einfach verlieren. Ist einfach... Oh. Ja, der war gut. Nein. Ah. Alter. Das gibt's doch nicht. Dein Ernst. Fuck. Das ist schlimm. Jawoll. Wenn ich nicht fail, aber egal. Oh, was ist das? Das hat mich mal ausgehalten. Hallo. Nein. Digga. Verspunt 11. Das kann ich... Das kann ich... Eigentlich lässt. Nein. Scheiße. Nicht. Nein. Das ist lieber fies. Ja. Und... Das heißt nicht. Mööö. Scheiße. Nein. Warte mal. Ah. Das kannst du nicht machen. Wenn ich dich da vorweg geboxt habe. Ich kann das Plus 11. Das kannst du eh nicht einholen. Du Fisch. Doch. Ach scheiße. Das ist die letzte Runde. Ja. Ach nee. Doch. Sag ja. Das Plus 11 kannst du nicht einholen. Nein. Kann ich nicht. Ich bin unfähig. Alter. Du musst nach vorne rollen. Du musst nach vorne rollen. Tee. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin auch unfähig. Tja. Nee. Ich bin nicht einfach so last potluck. Oh ja. Na wie aber. Ich schaff ja das mal. Ja. Ich schaff ja nicht. in der Ecke drin. Nein! Ah! Tee? Ja, wenigstens da. Da ist es fest. Jetzt bin ich auch noch im Eck wieder. Wobei, du... Weißt du nicht, du hast das gesehen, hm? Ich schaff das einfach noch. Alter! Nein, du schaffst es nicht. Scheiß Map. Ich geh mit einfach zu Hause hoch. Jawoll! Geil! Geil! Alter! Du bist so oder so flüssig, du kannst mich nicht mehr einholen. Warum? Wir haben jetzt einfach 16 Minuten lang, das hat die Scheiße hier gemacht. Aber das Spiel ist geil. Also Leute. Seh mir noch zu, wie er verliert. Ich weiß, wenn du das nachher rausschneidest, was ich gerade gesagt habe. Also ich mach mir nicht die Mühe, um das zu tun. Ja, ich schaff doch einfach mal einen Kommentar, wie er das Spiel findet. Tee! Ist doch mal was anderes wie Minecraft. Mini-Kraft. Mini-Kraft. Ja, Minecraft. Mini-Kraft. Und du hast noch drei Stöße, drei Schüsse. Stöße. Keine Ahnung. Und ja. Wenn ihr euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Haha. Wenn ihr euch richtig gefallen hat, lasst ein Abo da. Und guckt unsere Videos öfters an. Und natürlich kommen nicht die Mini-Golf-Spiele. Es sei denn, ihr wollt mehr davon sehen. Und Dominik hat jetzt plus 20. Ihr seid hässlich. Dome, überleg mal. Guck mal, plus 20. Vorher hatte ich immer plus 2 und so. Wir nehmen... Jan, du Arsch. Wir nehmen jetzt die Revanche auf Folge 2. Die kommt in ein paar Tagen. Da werd ich gewinnen. Okay, alles klar. Ja. Also bis... Warte. Wir warten ab, was ihr so in die Kommentare... Nein, wir nehmen das auf jetzt. Ich will die Revanche jetzt gleich. Ja, nein. Ich mein, wir warten ab, ob das veröffentlicht wird. Wenn das Spiel scheiße ankommt, dann machen wir die Revanche nicht auf. Wir nehmen das auf. So können wir es machen. Dann wir gucken, was ihr so schreibt. Wenn das gut findet, dann kommt die Revanche raus, in denen Dominika angeblich fertig machen will. Das kann eh nicht sein. Ich hab die Runden davor alle gewonnen. Okay. Aber ich hab Audacity gerade aussehen. Äh, egal. Na, Dominika, Audacity gestartet also. Nein, ich hab's aufgenommen damit. So. Ich hab gerade Audacity aufgenommen. Egal, beenden wir jetzt. Okay, also. Bis zum nächsten Mal, ob die Revanche sehen wollt, wer will ich nicht sagen. Okay, tschüss. 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 Tschüss.